Wenn man keinen Mundschutz mehr hat, kann man ein normales Tuch nehmen, die Größe anpassen, man kann ein Feucht-Tuch nehmen, was auch immer. Einmal falten, nochmal falten in die Mitte. Und dann einen Schlitz reinschneiden, bis da, wo der Ohr reinkommt. Und so, eins. Ich kann das zwei Lagen leckig machen, drei leckig, was auch immer, wie viel auch immer man haben möchte. Seht ihr? Ich kann gleich ein Tuch nehmen, was ein bisschen stabiler und stärker ist.